Hallo zusammen! Sind Sie bereit, Ihre Produktivität auf das nächste Level zu heben? Heute haben wir ein besonderes Video für Sie. Wir zeigen Ihnen den besten Büro-PC für unter 500 Euro und das Beste daran, Sie bekommen sogar einen Rabatt. Wir präsentieren Ihnen einen zuverlässigen Computer mit herausragender Leistung, der Ihnen dabei hilft, Ihre Aufgaben effizient zu erledigen. Also, werfen wir einen Blick auf die beeindruckenden Komponenten. Unser PC ist ausgestattet mit einem Intel Core i5-10400, einem leistungsstarken Prozessor mit 6 Kernen und 12 Triads, der schnelle Geschwindigkeiten und optimale Leistung für alle Ihre Büroaufgaben bietet. Das Herzstück bildet das ASRock H510M HDVR 2.0 Mineboard. Mit seinen umfangreichen Anschlussmöglichkeiten und zuverlässiger Stabilität ist es die ideale Wahl für Ihr Büro. Unser PC verfügt über 8 GB DDR4 RAM, der mit 3200 MHz läuft, damit Sie reibungslos arbeiten und mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen können. Außerdem haben wir eine 1 TB DAHUA C970 Festplatte integriert, auf der Sie all Ihre Dateien sicher speichern können. Als Betriebssystem haben wir Windows 11 Professional 64-Bit vorinstalliert, damit Sie von den neuesten Funktionen profitieren können. Und mit Microsoft Office Room und Student 2021 haben Sie alle wichtigen Programme für Ihre Büroarbeit direkt zur Hand. Aber das ist noch nicht alles. Aktuell bekommen Sie unglaubliche fast 295 Euro Rabatt auf diesem PC. Statt 824 Euro zahlen Sie jetzt nur noch 529 Euro. Ein unschlagbares Angebot, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Wir sind CLS Computer, Ihr Kanal für Technikwissen und Produktbewertungen. Wenn Sie solche Angebote nicht verpassen möchten, abonnieren Sie uns jetzt. Danke fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.